Bevor es hier losgeht, was hat TikTok mit den Sounds geändert? Ich kann nichts mehr verwenden, was ich vorher verwendet habe. Und das, was ich verwenden kann, ist eine Katastrophe. Kann ich das irgendwo wieder rückgängig machen? Habe ich ein Update verpasst? Was ist da los? Hilfe! So, zum Abendessen gab es mir heute Würstchen mit Kartoffelsalat, ganz klassisch. Für meinen Kartoffelsalat koche ich einfach immer nur Kartoffeln, pelle die dann und schneide die in kleine Scheiben. Ich habe hier 300 Gramm gemacht. Dann kommt da ein bisschen Zwiebelsalz, Pfeffer, normales Salz und ein bisschen Kartoffelsalatgewürz drauf, genauso wie noch ein bisschen Gemüsebrühe. Aufgießen tue ich das mit einem Schluck heißen Wasser, 10 Gramm Öl und ein bisschen von diesem Altmeister-Essig. Dann rühre ich das Ganze durch und das Ganze wandert nochmal für ein paar Stunden in den Kühlschrank. Und dann kommen wir auch schon zu dem Star dieses Videos. Und zwar diese fettarmen Wiener Würstchen von Solest. Ich glaube, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ihr wisst, ich feiere diese Firma total. Ich habe mir heute alle vier Würstchen gemacht, weil zusammen haben sie gerade mal 160 Kalorien ungefähr. Und so sah das Ganze dann aus. Und das habe ich mir dann schmecken lassen. Hi, ich habe noch eine Stelle Ergänzung, bevor ich mir mein Essen jetzt gleich schmecken lasse. Und ich würde sagen, ich lasse den Ton für sich sprechen. Ich lasse das. Gut. Vielen Dank.